so willkommen wieder bei der nächsten Folge von Black Ops 3 Multiplayer ja ich bin heute frei für alle mit Vespel und Check Komm her Willkommen Alter Oua Pistin Das ist doch nicht dein Oh der ist jetzt abgekommen Super So So Ich Was wollt ihr euch noch sagen Queer lol Ich hab Queer gemacht Ich hab Queer gemacht Ich hab Queer gemacht Ich nehme schon dritt Das ist mein heutiger dritter gameplay Erstmal Erster gameplay War geil Ey Alter Alter Der geht Ich geht jemand so hoch Leg Nicht ein Pad Das kann ich sein Erster gameplay Habe ich Facecam Abgenommen Aber gameplay konnte nicht gespeichert Playstation Live 2 Gameplay Gameplay wurde gespeichert Aber Problem war Facecam habe ich mich gestartet Und das ist halt jetzt Ich hoffe Die war Content gameplay Abgenommen Und Facecam Wenn ich dann Wo wie ich jetzt raus Erster gameplay Waaaa 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 Mike Moment Mal LoL Ja Mit Shirt kann ich auch Was Waaaa 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 Kann ich auch Schmrr Waaaa Alter Der ist nach Hause gekommen Ja Mit Shirt kann ich Nix anfangen Wenn er Kann ich mit Shirt spielen Al Wann sie das? Aber ok Mein Joystick ist fast leer Und wenn er noch Knall ist Wenn er den Joystick In diese Aufnahme Wenn er Keine Hat du? Al Aaaa Misty Ja Wie Tritt Kiel Bwa Mit Shirt So, Pee! Komm her! Oh mein Gott! So? Ne? Süß! Lade um! Ja, der String und so fortkält mich! Eieieiei, das war nice! Ja! Wow! Alter, zwei... Abschüsse! Nice! Nein! 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 Ei! Ei! Ja ich will, was haben wir? Faktisch fett! Was? Er wird nicht verfolgt. Aber sechs Kills? Besser als das letzte Spiel. Aber zehn Kills ist schon eine Idee, nicht? Das ist nicht super. Der letzte Spiel? Ja. So schnell? Ich komme mir nicht klar. Alter! Jetzt habe ich aufgehört zu ziehen. Jetzt kommt die Dicken. Und ich will stopp! Ja. Ja, ist klar. Ja, ich habe gesagt, ich schaffe mir das ein Kill. Ein fucking Kill. Das ist ein Wunder. Ja, ist klar! Das kann ich auch, du Kleine! Nein! Fuck! Ich kann mit den fucking Jaws nicht zielen. Ich brauche ja echt Übung. Aber, sag ich euch. Der hat das Verzitt übelst. Ja, okay. Er wird immer. Der dauert ein bisschen. Ja, sonst ist er noch ein bisschen Blatt. Ja, weil wir weg müssen. Da ist es so. Ja, genau. Ich bin da in dem kleinen Treibler. 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 Ja, genau. Ist das denn? Ja, das war's. Das war's. Und was habe ich gemacht? Mehr als letztes Mal? Ja, die Wunder wie in der Kanzlei. Ciao!